jo leute was geht ab heute zu einem neuen video heute spielen wir world of tanks ich wollte den tag lade ich das spiel herunter und ist echt ein geiles spiel fangen wir gleich danach mit dem match an starten wir eine runde jetzt sind wir in der runde und als allererstes müsst ihr ein immer ein ort suchen wo ihr euch dahinter verstecken kann ich jetzt hinter diesen stein hier hier ehm oh mein gott oh mein gott oh oh fuck ehm ist er eigentlich schon als gevecht ist er ist er ja ähm wow den hitten wir gleich mal an ja schöner hit und er ist ja down ähm match beendet also ich bin jetzt im zweiten level ähm lau ist das spiel echt herunter abonniere toiki boy 3001 mein freund ähm 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 ja ähm starten wir gleich mal wieder ähm ähm eine runde jetzt sind wir hier in der runde ich würde sagen wir verstecken uns hier hinter diesen wir stehen uns oh mein gott ach ja so bisschen weiter nach vorne so ist es gut ähm das ist mein hier dem haben wir schon mal einen scharf mitgegeben ich hoffe der war oh man hier steht einer aus gefecht ähm nein ich kann dich nicht bewegen ich installiere gerade ein anderes Spiel im world of tanks schon ein bisschen gebackt und wir sehen uns gleich wieder im spiel jetzt sind wir hier im spiel und was ist das für ein intro oh oh mein gott schreibt mal unten in die kommentare rein ähm welche spiele das ich noch zocken soll welche spiele das ich noch spielen soll ähm 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 ich weiß noch nicht ähm auf alle fälle handy spiele zum beispiel wort mal geht jetzt nicht äh was anderes ja schreibt einfach mal unten in die kommentare welche spiele das ich noch zocken soll ähm das spiel das habe ich jetzt ähm 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 vorgeschlagen kriegt drücken wir erstmal auf spielen ich kenne mich hier nicht aus erstmal da da ähm ähm was sollen wir jetzt spielen spiel spiel alles erste ähm ähm jetzt sind wir hier jetzt sitze ich hier wie in einem Panzer steigt oh ja steigt hier jetzt mal aus so ein Lappen bin ich ähm ich nehme das und ich steige in den Panzer und der jungen Mann ja ja ich kenne mich in diesem spiel jetzt ja null aus aber wir fallen erst mal hier rein äh ich stolper an den ähm ja hier ja jetzt ja 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 oh mein Gott wäre angehütet ah ja 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 ich bin so geil oh fuck der ist schock Ah, hello. Steig mal lieber in ein Auto. Das ist gut. Nein! Ja, ich bin Gott sei Dank noch eingestiegen. Ich fahr hier mal weg. Hallo? Boah. Oh mein Gott. Ja, endlich. Ich hau hier mal lieber ab. Boah. Steig ich aus? Wir haben zwei Sterne. Heute kommt dann noch ein Video. Ich kann irgendwie über 15 Minuten machen. So könnte ich schon, aber ich hab ähm den den Code vergessen. Ähm Ah, jetzt gibt's ein Rennen. Oh mein Gott. Ich bin lost. Das gewinn ich. Easy. Komm. Schau mal, wie gut ich überhole hier alle. Alle so zu lost sind. Oh. Ich glaub, ich war ein bisschen zu schnell. Aha. Was ist das alles so lost? Boah, Digga. Hm. Ich drüfte. Oh. Fuck. Was ist das? Look, look. Ja. Hm. Hm. Haha. Wie low. So macht man was. Und dann auch noch Bats. Ich hoffe, ihr habt das Video von gestern gesehen. Ähm. Ja, mit King Aron. Ähm. Auch mein Freund, ähm. Hat leider keinen YouTube-Kanal. Aber. Ja. Der. Schuss. Wenn wir es nicht irgendwie schaffen. Jeder ist so lost und fahrt. Hier. Ah, Mann. Ich wollte ihn. Jetzt. Das ist gelogen. Und. Zack. Oh. Also. Lade euch das Spiel herunter. Ähm. Äh. Ich sag euch. Gleich wie es heißt. Oh mein Gott. Zack. Aha. Hallo. Halt doch mal ab hier. Ähm. Ich glaube, ich bin hier der Beste, oder? Also ist doch klar. King, King. Das ist King. Und ich heiße King. Ähm. Ja, ich wollte euch noch was sagen. Wenn ihr. Also fünf Top-Geburtstag. Würde ich nur sagen. Ähm. Wenn ihr. Ähm. 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 An einem zehnten Geburtstag habt. Dann seid ihr einfach nur. Geil. Und. Ja. Wenn ihr an einem. Ähm. 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 Wenn ihr an einem. Wenn ihr an einem zwölften Geburtstag habt. Dann. Seid ihr einfach nur die Hübschesten in eurer ganzen Schule. Und wenn ihr. Ähm. 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 Am dreißigsten. Wurzel habt. Dann seid ihr. Ähm. Einfach nur. Die coolsten in eurer schule. Ähm. 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 Ja. Und alle Mädels laufen euch hinterher. Ähm. Wenn. Wenn. Ihr. Ähm. 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 Vierundzwanzigsten Geburtstag habt. Dann. Seid ihr. Einfach nur. Komplett Schaman. Und. Wenn ihr. Am neunten Geburtstag habt. Seid ihr einfach. Habt ihr. Schon automatisch gewonnen. Es ist einfach so. Habt einfach nur automatisch gewonnen. Ähm. Ja. Ich muss jetzt jemanden abballern. Es ist echt schwer. Oh mein Gott. Ich finde keinen. Ah. Das ist. Das ist jemand von unserer. Und. Ich hab 500. Oh mein Gott. Oh. Kann der explodieren? Ähm. Ja. Oh mein Gott. Hier ist noch. Ich hab. 855. Oh mein Gott. Ich bin gleich. Aha. Und hier. Der ist auch gleich tot. Zack. Nein. Nicht einmal. Der hat die Beine gekillt. Aber jetzt. Oh mein Gott. Der ist schon ganz kaputt. Der ist nicht. Der ist nicht. Der hat die Beine gekillt. Der hat die Beine gekillt. Der hat die Beine gekillt. Oh mein Gott. Das. Eigentlich. Und. Hier. Aber ich glaub. Die ist sogar besser. Oh. Ich ball einfach mal durch die Gegend. Okay. Na. Die ist der. Ich hab halt keine Schüsse mehr. Oh mein Gott. Der hittet mich. Ich hab halt keine Schüsse mehr. Ja. Oh. Zack. Ha. Oh. Okay. Die sind richtig geil. Die kenn ich. Einfach so. Ich kann irgendwas mal Feuer machen. Ich brenne hier mal alles ab. Warte. Ah. Ah. Okay. Jetzt hab ich wieder diese Waffe. Ist hier. Oh mein Gott. Ich ball einfach mal. Die hier. Okay. Die. Oh mein Gott. Ja. Nice. Oh mein Gott. Ich liebe diese scheiß behinderte Waffe. Und. Boom. Warte. Zack. Die ist so nice. Es explodiert einfach alles. Oh fuck. Was ist das denn nice? Ich darf gleich noch mal mit. Ähm. Ich möchte mit einfallen. Hallo. Hallo. Haha. Los. Ich bin schlau. Ah ah. Und du bist gleich tot. Ich bin schlau. Hä? Wo macht das Ecke? Das war's. Jetzt hier. Ich hoffe euch hat das Video gefallen. Und haut rein. Ciao.